Abnehmen, bisschen dünner werden, weniger essen. Das weiß ich eigentlich noch gar nicht so sicher, aber spontan kommt mir jetzt in den Kopf so Selbstständigkeit. Unbedingt mehr Sport machen oder überhaupt wieder Sport machen. Also ich muss zugeben, dass ich für 2018 keine Vorsätze habe, weil mir die Vergangenheit gezeigt hat, dass die ganzen Vorsätze im neuen Jahr alles nichts bringen. Ich möchte nicht aufhören zu rauchen, ich möchte nicht abnehmen, einfach nur weiter gut leben. Ein bisschen mehr Sport machen, glaube ich, ist ganz gut und noch ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, glücklich sein, viele Reisen machen, viel mit meinen lieben Freunden und der Familie zusammen unternehmen, etwas mehr genießen können. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man die Hälfte davon hinbekommt, dann ist das schon mal nicht schlecht.